Ihr habt zu Hause eine Lievitomadre und möchtet damit etwas Köstliches backen? Na, dann habe ich heute das richtige Rezept für euch. Für alle diejenigen, die noch gar nicht wissen, was Lievitomadre ist, das ist ein milder Sauerteig und wie ihr den spielend einfach selber herstellen könnt, erfahrt ihr oben rechts unter dem i. Ich nehme jetzt hier einfach 100 Gramm ab und habe hier jetzt so eine Pizzaballenbox. Da hinein gebe ich jetzt mein Pizzamehl. Ich verwende tatsächlich dieses hier ganz gerne. Es gibt noch eine andere berühmte Sorte, die nennt sich Caputo. Ich verlinke euch alles, genauso wie das Rezept und die Mengenangaben, unten in der Videobeschreibung. So, und ich möchte das so original wie möglich. Daher heute das Focaccia mit Pizzamehl. Ich mache mir jetzt hier erst einmal eine Grube rein, denn heute ist ein bisschen Handarbeit angesagt, aber ich verspreche euch, es lohnt sich wirklich. Ich gebe hier ein bisschen Salz hinzu. Wie gesagt, Mengenangaben unten in der Beschreibung, aber auch nochmal zum Schluss. Dazu entweder Oliven oder so wie ich das genommen habe, Rapsöl, ein hochwertiges. Und danach entweder Zucker oder wie ich es verwendet habe, Zuckerrübensirup. Und hier möchte ich nochmal eben ein Dankeschön aussprechen an Bax im Holz, die mir einmal das Öl sowie aber auch die Pizzaballenbox zur Verfügung gestellt haben. Und damit lässt sich dieser tolle Focaccia wirklich besonders gut herstellen. Ich verrate euch gleich auch warum. So, hier erst einmal noch Lievito Madre dazu und dann natürlich die selbst hergestellte Hefe, das Hefewasser. Wie das geht, verrate ich euch oben rechts unter dem i. Noch ein bisschen ganz kaltes Wasser, kann auch lauwarm sein. Und da ich die doppelte Menge habe, muss ich natürlich auch die doppelte Menge an Salz, Rapsöl, Zuckerrübensirup. So, schön reinrieseln lassen. Das sieht immer so schön aus, finde ich. Ein bisschen meditativ. Und natürlich auch Lievito Madre hinzufügen. Und es lohnt sich hier die doppelte Menge zu machen. Also ich konnte gar nicht schauen, wie schnell die das dann weg war. Also wirklich lecker, fluffig und auch toll als Sandwich zu machen. Also noch einmal Hefewasser. Dann fange ich schon mal ein bisschen an hier zu rühren. Wie gesagt, heute Handarbeit. Es geht auch in der Küchenmaschine oder mit dem Handrührgerät mit Knetaufsatz. Aber wir möchten diesen Teig richtig toll vorbereiten, damit er schön fluffig wird. Und da kann ich euch empfehlen, das per Hand zu machen. Dauert auch nicht lange. Aber für diejenigen, die das nicht so gerne mögen, geht das selbstverständlich auch in der Küchenmaschine. So, das Wasser hatte noch gefehlt. Das kommt auch noch mit hinzu. Und dann vermenge ich das Ganze nur ganz grob. Also ihr seht, das ist noch nicht richtig hier ausgeknetet. Da fehlt noch einiges, damit das toll wird. Das heißt, das Glutengerüst hat sich jetzt hier noch überhaupt gar nicht aufgebildet. Ich habe es nur grob einmal vermischt. Mache die Ränder so ein bisschen mit der Teigkarte hier sauber. Das ist kein Muss. Der Deckel wird ja auch gleich verschlossen. Aber ich will ja auch so viel wie möglich hier beim Teig behalten und das nicht in der Schüssel lassen. So, schön sauber machen, aufräumen. Habt ihr Focaccia schon mal gemacht? Wenn ja, schreibt mir doch mal, wie ihr das getan habt. Und hier ein kleiner Profi-Tipp. Die Teig-Konsistenz ist perfekt für alle, die noch nie Focaccia gemacht haben. Die das schon häufiger getan haben und die keine Angst vor weicheren Teigen haben. Da gebt einfach nochmal 25 Milliliter für das Rezept nochmal hinzu. Da ich ja die doppelte Menge habe, waren es bei mir jetzt 50 und knete das nochmal mit in den Teig. Ich werde auch nochmal weitere Videos hochladen, wenn ihr euch das wünscht natürlich, wo ich noch weichere Teige verarbeite. Also, wo ich einfach die Wassermenge immer stückweise neu erhöhe und ich habe nochmal ein paar neue Ideen. Dieses Focaccia wird ja mit grobem Meersalz und Rosmarin gemacht. Die Mitglieder haben ja auch schon mal wieder ein paar tolle neue Ideen angetragen. Ich habe mir dann auch nochmal überlegt, da so ein bisschen was mit reinzuschmeißen. Also, es gibt mindestens nochmal zwei, drei weitere Focaccia-Rezepte, die einfach köstlich sind und einfach auch ein Hingucker. Und im Prinzip ist es ganz einfach. Ihr müsst den Teig ja nur hinstellen oder fertig machen und dann einfach zwischendurch ganz kurz strecken und falten. Denn das macht das Ganze aus und dadurch bekommt ihr ein perfektes Ergebnis. Und wie einfach das ist, zeige ich euch heute und möchte euch damit auch die Angst nehmen vor weichen Teigen. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Das geht mir ganz genauso. Wenn ich an meine ersten Jabattas und Focaccias denke, die waren nicht so toll. Aber nicht umsonst ist der Bäckerberuf ein Ausbildungsberuf und es dauert einfach, bis es dann gelingt. Verliert nicht den Mut. Probiert es unbedingt aus und probiert auch immer mal wieder neue Rezepte aus. Nichts ist langweiliger als immer nur das gleiche Standardbrot und die gleichen Standardbrötchen. Deswegen zeige ich euch immer ganz viele neue Videos hier auf meinem Kanal. So, Deckel drauf und bei Zimmertemperatur stehen lassen. Und dann nehme ich hier ein wenig klares Wasser aus dem Hahn. Das darf gerne kalt sein, muss es aber nicht. Aber ich finde, mit kalbem Wasser gelingt das besser. So und der Teig, der ist jetzt ganz schön weich. Ich nehme den so ein bisschen hier vom Rand. Dann habe ich es gleich einfacher. Denn jetzt kommt das Wichtigste bei diesem Focaccia. Und zwar Strecken und Falten. Und hierbei werde ich euch zwei verschiedene Methoden zeigen. Und ihr sucht euch aus, welche für euch besser gelingt. So, einmal die eine Seite hochziehen und drüber. Und es kann sein, auch wenn ihr gerade Dinkelmehl verwendet, Weizenmehl oder Einkornmehl vielleicht auch, dass euch der Teig teilweise auch reißt, wenn ihr ihn rüberklappt. Nicht verzagen. Einfach weitermachen und ihr werdet sehen, es wird immer besser werden. Ich weiß noch meine ersten Versuche mit weichem Teig. Ich habe das früher gehasst. Ehrlich. Ich fand das so blöd. Ich fand das so anstrengend. Und es hat mir nicht gefallen, was dabei rausgekommen ist. Aber gebt dem Ganzen eine Chance und ihr werdet eure Backkünste nochmal wirklich auf ein neues Level bringen. Verspreche ich euch. Ist wirklich so. So, und hier seht ihr, das hält jetzt schon mal ein bisschen besser. Deckel wieder drauf und stehen lassen. Und soll nach ungefähr einer Stunde dann wieder rangehen. Er ist jetzt von der Struktur, wie ihr seht, schon glatter. Er ist nicht mehr so grisselig, wie er am Anfang war. Vielleicht erinnert ihr euch noch dran. Und die ersten Luftblasen bilden sich. Auch hier nehme ich mir das jetzt wieder vom Rand. Die Teigkarte ist da wirklich sehr hilfreich. So, wir wollen allen Teig haben. Wieder die Hände einfach nass machen. Es gibt einige, die machen das auch mit Öl. Das klappt auch. Aber Wasser reicht vollkommen aus. So, und dann hier wieder hochziehen, rüberklappen. Eventuell nochmal die Hände nass machen und von der anderen Seite hochziehen, rüberklappen. Durch diese Methode, die wir jetzt hier machen, dieses Stretch und Fold, also Strecken und Falten, verbessern wir das Glutengerüst im Teig. Denn im Mehl ist Gluten drin, bei einigen Mehl nicht. Da wird es dann schwieriger, bei einigen weniger, wie zum Beispiel bei Dinkemehl. Und dieses Glutengerüst stärken wir damit, damit es sich toll aufbaut und der Teig dann später im Backofen einen besseren Ofentrieb hat und voluminöser wird, besser aufgeht. Also kann ich euch sehr ans Herz legen, das ruhig einmal auszutesten. Und schreibt mir gerne mal unten in die Beschreibung eure Lieblingsrezepte, falls ihr Focaccia schon mal ausprobiert oder gegessen habt, mit welchen Varianten ihr das am liebsten mögt. Und so, und ja, wird immer besser. Also er läuft natürlich weiter auseinander. Erschreckt euch nicht. Das macht nichts. Das wird ein ganz tolles Brot. Ehrlich. Und ich freue mich schon, wenn ich euch die nächsten Videos hier mitzeige, wenn der Teig noch flüssiger wird. Ehrlich. So hier vom Rand. Und am Anfang war ich ein bisschen skeptisch. Die, die meine Videos ja länger kennen, die wissen, ich mag Plastik nicht so gerne. Trotzdem ist die Brotballenbox von Bugs im Holz tatsächlich sehr hilfreich. Gerade wenn ihr zum Beispiel Pizza backt, das vorbereitet. Es ist halt schwierig, das sonst zu halten, beziehungsweise feucht zu halten, dass es nicht austrocknet. Und in der Pizzaballenbox könnt ihr dann vorportionierte Pizza dann richtig schön teilen. Aber dazu gibt es selbstverständlich auch noch ein Rezept, das jetzt noch kommt. So, strecken, falten. Und ihr seht, er wird immer höher, immer stabiler. So, und dann habe ich mir überlegt, zeige ich euch jetzt mal die zweite Variante. So, dafür drehe ich das Ganze um. Warum, erfahrt ihr gleich. Hier nochmal kurz wieder sauber machen. Das sieht auch schon wieder aus. So, also, wieder Deckel drauf, wieder gehen lassen. Und dann zeige ich euch jetzt eine andere Methode, wie man falten kann. Das habe ich ja schon bei meinem Trabzonbrot gemacht, das türkische Weißbrot. Guckt mal, könnt ihr das erkennen? Der Teig ist voluminöser geworden. Richtig schön und genau so wollen wir das haben. Aber trotzdem werden wir noch ein bisschen falten, denn mir fehlen noch die Bläschen. Ich möchte eine bessere Blasenentwicklung haben. So, den Rand ein bisschen frei machen wieder. Und jetzt machen wir Coil and Foiled, nennt sich das. Es gibt noch eine weitere Methode, das Laminieren. Das werde ich euch auch nochmal demnächst zeigen, Stück für Stück. Und falls ihr Fragen habt oder irgendwas unklar ist, lasst es mich gerne einmal wissen. Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare und ich beeile mich, das zu beantworten. So, und hier bei Coil and Foiled macht ihr quasi das Gleiche nur umgekehrt. Also ihr zieht das so hoch. Moment, das klebt auch noch ordentlich. Also da muss noch ein bisschen gefaltet werden. So. Und beim Coil and Foiled ist es so, dass ihr das dann macht und dann um 90 Grad dreht, damit ihr dann später das in die andere Richtung macht. Hier. Zack. Zack. Ja, jetzt löst es sich auch schon besser vom Boden. Seht ihr das? So, zack. Und dann wieder umdrehen. Denn jetzt lasse ich den Teig wieder ruhen. Und damit ich dann gleich direkt loslegen kann mit dem Falten, das einfacher ist, dreht man sich dann nach dem Falten das schon mal in die richtige Richtung. Ich hoffe, ja, das war jetzt einigermaßen gut erklärt. Ihr könnt das nachvollziehen. Wie gesagt, falls doch Fragen sind, gerne ab in die Kommentare. So, und jetzt schauen wir doch mal. Ja. Seht ihr das hier? Die Bläschen. Das ist das, worauf wir gewartet haben. Sieht toll aus. Aber wir werden das jetzt noch einmal kurz falten. Ihr könnt es mehr oder weniger falten. Oder für diejenigen, die ganz neu dabei sind, lasst die Falterei, backt es einfach so. Es wird trotzdem ein ganz tolles Focaccia. Aber der Profi-Tipp wirklich, das hier mit mehr Flüssigkeit strecken und falten. Und dann habt ihr noch ein fluffigeres und besseres Ergebnis. Das ist einfach so. Da muss man ein bisschen Arbeit reinsetzen. Das ist wie mit allem. So. Und auch hier, Übung macht den Meister. Wie gesagt, am Anfang habe ich diese weichen Teige gehasst. Ich fand die einfach doof. Die haben mich geärgert. Es war mir nicht einfach genug. Aber einfache Rezepte habe ich ja trotzdem hier auf meinem Kanal. Von daher braucht ihr euch keine Sorgen zu machen. Da ist wirklich für jeden was dabei. Und schaut mal. Tolle Bläschen. Ich denke, wir können jetzt gleich schon mal loslegen. Der wackelt so schön. So ein bisschen wie Wackelpudding. So. Einmal noch. Deckel auf. Und schaut mal. Er ist jetzt schon weniger breit gelaufen. Und jetzt sind noch mehr Bläschen da. Ab damit direkt hier auf ein Backblech. Ihr könntet es unten auch nochmal einfetten. Das habe ich jetzt weggelassen. Habe dann die Schüssel geputzt. Sauber gemacht. Und dann immer so als Abdeckung genommen. Dass ich dem Teig jetzt immer mal wieder so 10 Minuten Ruhe gebe. Während ich nämlich jetzt folgendes mache. Ich habe hier ein bisschen Rapsöl mit Wasser. Ihr könnt hier selbstverständlich auch Olivenöl verwenden. Und drücke das jetzt so ein bisschen ein. Und er hat Spannung. Was ja gut ist. Aber dadurch kriege ich ihn jetzt nicht auf das ganze Backblech. Das ist übrigens kein normales Backblech. Sondern das von meinem Mini Backofen. Ihr könnt selbstverständlich das auch in einer Backform geben. Das muss nicht das Backblech sein. Bei mir passt das wunderbar auf die Backform. Beziehungsweise auf das Backblech von dem Mini Backofen. Deswegen wollte ich das da machen. Und es läuft euch da auch tatsächlich nicht über. Auch nicht bei einem Kilo Mehl. So und jetzt nehme ich immer mal wieder von diesem Öl Wassergemisch. Und drücke da hier so ein paar Falten. Beziehungsweise Löcher rein. Und schaue, dass ich dabei den Teig in die Ecken ein bisschen buxiere. Hier von meinem Backblech. Hier wieder ein bisschen nass machen. Ein bisschen drüber gießen. So, da habt ihr auch gleich eine schöne Handpflege mit dabei. Und die ganzen Produkte, die ich jetzt hier in diesem Video nutze und auch empfehlen kann. Auch genauso wie die Pizzaballenbox. Und natürlich das Öl von der Ölmühle Hartmann. Das Rapsöl, was ich jetzt statt Olivenöl verwendet habe. Gab es auch vom Backsemholz. Und das verlinke ich euch selbstverständlich einmal unten unter dem Video. So, jetzt hier wieder noch ein bisschen Öl. Das Einreiben in die Hände nicht vergessen. Müsst ihr nicht. Ihr könnt es auch so drüber streuen. Und dann noch einmal. Und ihr seht, ich gebe dem Teig zwischendurch immer mal wieder so 10 Minuten Ruhezeit. In der Zeit kann man dann tolle Dips oder das restliche Essen schon mal vorbereiten. Und ihr könnt das auch, wenn euer Back, euer Kühlschrank, euer Backofen, euer Kühlschrank groß genug ist, könntet ihr es auch vorbereiten und dann in den Kühlschrank abgedeckt stellen. So, jetzt habe ich hier ein bisschen grobes Meersalz. Wenn ich den Clip abkriege, kommt das jetzt auch nochmal drauf. Und da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ihr könnt das dekorieren, wie ihr möchtet. Und wie gesagt, da kommen auch nochmal neue Focaccia-Videos mit ganz tollen neuen Toppings noch mit dazu. Ich habe mich jetzt für den Klassiker entschieden, einfach grobes Meersalz hineingeben. Und dazu noch ein bisschen Rosmarin. Schön frisch. Es würde auch getrocknet gehen, aber ich finde tatsächlich, geschmacklich ist der frische besser. Das Witzige war, mein Mann guckt dann irgendwann in den Backofen, als das Focaccia denn drin war und sagte, Schatz, wieso züchtest du denn jetzt Gras? Ich muss das so ein bisschen schmunzeln, weil es tatsächlich später dann aussieht, als würde der Rosmarin, also dann das Gras da aus dem Focaccia, rauswachsen. So, das hier von der einen Stange reicht. Jetzt, ihr könnt auch mehr oder weniger machen. Na, da, die Spitze, die nehmen wir doch nochmal eben mit. Und dann könnt ihr es jetzt theoretisch direkt in den Backofen schieben. Was ich gerne einfach noch mache, aber das ist so mein eigener Spleen, ist, dass ich noch ein bisschen Öl nehme und das noch einmal hier so reinarbeite. Damit ich noch mehr Luftbläschen habe, das Gras alias das Rosmarin ein bisschen in den Teig einarbeite. Und danach geht es in den vorgeheizten Backofen. Dank dem Mini-Backofen braucht ihr maximal eine Minute. Und da backe ich ihn dann bei Ober- und Unterhitze. So, und gebe noch ein bisschen Wasser hinzu. Das ist kein Muss, das fand ich jetzt ganz gut. Und dann, uh, schaut euch das an, goldgelb. Und seht ihr das? Das zeige ich euch natürlich nochmal ganz genau. Oh, das ist einfach echt köstlich geworden. Es war auch am gleichen Abend tatsächlich weg. Also, wenn ich die doppelte Menge mache, ist das kein Garant dafür, dass für den nächsten Morgen irgendwas übrig bleibt. Aber das ist in Ordnung. Das zeigt ja auch, dass das Selbstgebackene wirklich gut schmeckt. So, und ihr könnt das erkennen. Fluffig weich. Und ich habe mir mal überlegt, in dieser Variante so ähnlich werde ich auch nochmal ein schönes Fladenbrot machen. Schaut mal. Watte weich. Und eins unserer Kinder hat sich daraus ein schönes Sandwich gemacht. Die Idee fand ich richtig gut. Also, dafür dann einfach hier in der Mitte aufschneiden. Und dann mit allem belegen, was der Kühlschrank und das Gemüsefach so hergeben. Und da war es noch recht warm. Also, es war wirklich frisch aus dem Backofen. Guckt euch das an. Richtig toll. Grobporig. Genauso soll es sein. Vielleicht könnt ihr noch ein bisschen das Dampfen sehen. Also, es ist wirklich noch sehr, sehr heiß. Und wir werden das Ganze jetzt schön genießen. Ich hoffe, ihr tut das auch. Hier sind weitere Videos für euch. Und ich bin bald wieder zurück. Eure Emma